Wir haben überall neue Sachen gebracht, glaub ich. Ist auch egal. So, einmal alles angeguckt, super. Also, wir hatten das eigentlich noch offen, alles. Dovi brauchen wir noch. Und den Schurke brauchen wir eigentlich auch noch. Wo sind denn? Genau, das war der. Diese einzigartige Kreatur ist viel größer und stärker als die meisten anderen Spezies. Sag mir, woher ist GLaDOS? Ich muss das GLaDOS-Nest finden. Hier sind auch keine Dovi's mehr, ne? Scheiße. Hier schon wieder so ein Schluck, aber ich lass jetzt mal in Ruhe. Affenmonster schon wieder. Da ist es Bella, den wir uns doch. Egal, also wir machen jetzt erstmal... Das war schon irgendwie. Werden wir schon besiegen können. Komm, mach mal erst den. Zack, zack, zack. Also, Schlagen und Beißen muss auf jeden Fall besser werden. Dann haben wir eigentlich alles sicher. Oh, das ist immer ein Geräusch hier, ey. Unglaublich. Naja. Ich weiß gar nicht, was ich so sagen könnte, alles. Das ist grad ein bisschen blöd. Ach, ich hab grad nicht die Eier. Gedingt. Das ist schon wieder ein neuer, ey. Oh, Gott. Aber hier sind ordentlich Skelette. Das ist auch schon wieder ein neuer Spiel. Also, hier sind auf jeden Fall viele Skelette. Das gefällt mir. Ah, das ist noch ein Bäll. Ist ja noch ein Bäll. Ja, das sind auch Bäll. Und das, das ist Schurke. Das ist Schurke. Den besorge ich mir jetzt als erstes. Als allererstes besorge ich mir den. Gott, das ist glaube ich noch so ein Schurke. Ist da noch ein Schurke? Das ist mal nicht. So, wir besiegen den jetzt, ey. Egal, ob der stark ist oder nicht. Den besiegen wir. Hallo, Leute. Komm mal mithelfen hier. Oh, der zieht mir ordentlich was. Oh, jetzt kommen die Bällers noch dem helfen, ey. Obwohl die gerade Streit hatten, ey. Ich glaub's nicht. Kommt, Jungs. Das schaffen wir. Ey, wir können das schaffen, echt. Wenn er jetzt nicht die ganze Zeit nur mich angreift, dann können wir das schaffen. Oh, Mann. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Ich hab noch 24 Leben. Ja. Nein, das war... Scheiße, das waren diese Kackbällers. Oh, mein Gott. Ich bin fast tot. Komm, sieg die. Ich bin gleich tot. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ja. 100 DNA. Oh, das ist ein wahres Festessen. Und die Bällers sind auch tot. Ah, göttlich. Auf jeden Fall. Das ist ja was essen hier. So. Wollte ich sagen, gehen wir mal... ...noch kurz die Affenmonster besiegen. Wollte ich eigentlich sagen, aber... ...es wird im Moment ein bisschen knapp, denn wir haben nicht mehr so viel Leben. Oh, Mann. Ach, du Scheiße. Das ist eine epische Kreatur. Ach, du fuck, Alter. Das seh ich jetzt erst mal. Lauf. Lauf, Alter. Lauf einfach noch. Irgendwo hin. Das schon wieder... Oh. Das ist diese eine von gerade. Ihr seht schon. Das wird langsam ernst. Komm, episch gegen episch. Ja, wie hat denn der das gemacht, dass es nicht so... ...symmetrisch ist? Oh, jetzt wisst er den mit einmal. Oh, Gott. Kann ich gar nicht zugucken. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Da haben wir noch ganz viele Skelette, genau. Ich wusste doch noch, hier, in der Nähe von den Affenmonster war noch... ...noch Skelette. Okay, ich springe jetzt mal wieder weg. Ist das nicht so wichtig? Gleich brauchen wir das bestimmt wieder. Ach, Gott. Was ist das an der Welt hier, ey? Gejagt und gejagt werden, kann ich dazu nur sagen. Auf jeden Fall epische Kreaturen. Also, das sind schon... ...schon Viecher, ey. Oh, sind das Richter. Oh, Gott. Die sind böse. Die sind... Die sind ganz böse. Die greifen schon so an. Oh, aber hier ist auch ordentlich. Hallo. Egal, dann packt ihr das zuerst. Die sind ordentlich Skelette. Nein, ich angreife Fern. Egal, wenn wir jetzt sterben. Mir davon nur meine Sachen hier. Aber ich kann es nicht wutgebrüllen, leider. Kaum wenigstens das noch. Nein. Ah, fuck. Egal. War schon. Ah, jetzt haben wir wieder kaum Verbündete. Na ja. Wird schon irgendwie gehen. So. Nur noch ein Verbündeten. Wir müssen erst wieder ins neue Nest. Damit wir irgendwas Neues machen können hier. Aber ich speichere einmal. Und mache einen Schnitt. Ich habe heute so viel aufgenommen, ne? Ach du Scheiße. Ich habe auch noch was zu produzieren. Bei Carthasia. Scheiße. Also, ich mache erst mal wieder einen Schnitt. Die Leute. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bei Let's Plays Spore. Bis dahin. Ciao. Ciao.